Dinge. Wirklich? Ja, ich denke schon, dass sie irgendwo da liegen sollten. Danke! Und was gibt's hier? Für ihn anscheinend wurde im Nordwesten des Kontinents ein silberner Drache gesehen. Die Orklinge von Kondaya Pata erzählte uns von einer Heiligenstätte, deren Eingang verschlossen sei. Ich glaube, Kuya hat einmal von einem Geheimnis über dieses Kontinent geredet. Bist du dir sicher? Irgendwas über die Quelle des Lebens. Dort finden wir ganz sicher einen Hinweis. Dann kann ich vielleicht, Mutter, auch Mutter. Ja, genau. Wo ist eigentlich Blondie? Äh, was machen wir, wenn Blondie hierbleiben möchte? Hat sie nicht zu entscheiden. Siehste? Wartet. Da kommen sie. Wir haben immer. Die Leute aus dem Dorf haben mich gebeten, noch mehr von der Welt zu sehen, um später davon zu erzählen. Gut. Mist, jetzt, wo ich dachte, er hätte nicht ein Teilchen allein sein zu können. Nee, 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 so nicht. Was redet ihr da? Manf, in diesem Dorf werde ich vor Hunger sterben, manf. Stehe schon die Rakadi über mir streichen? Ach ja, die gibt's ja auch noch. Gut, dann lass uns aufrechen. Nach Kondaya Pata. Und dann zu dieser heiligen Städte. Dieses Häuschen haben wir nur für den Schokobo gebaut. Ist doch richtig edel, oder? Ist doch süß. Wir müssen dann den geschütten Küken einen Namen geben. Wann ist so schlüpft, ich umarme es manchmal schon wärmes. Ich will Platz machen, ich mach euch klar. Ich mach euch so klasse. Ach, das mag ich nicht. So. Das gibt's nicht. Ich hasse mich. Natürlich. Ich hör' aber Gott, der Typ fackt mich so ab. Loser. Okay. Ich will gewinnen. Da er gegen den ich kämpfen kann, und gegen den ich kämpfen kann, kann er allerbistisch die Beine nehmen. Also 1, 2, 3, 4. Wenn er gegen den kämpft, kann er 1, 2, 3 nehmen. Wenn ich jetzt hier mache, könnte er 1, 2, 3, alle Bistisch sind unentschieden. Loser! Gewonnen! So. Nächster. So, wenn ich gegen dich gewinne, darf ich den Schokobo ballen. Ist auch ein faires Match. Erste Match zählt. Man ist nicht am PC, man hört schon vom Sound her, den man hört. Luxus spielt Karten. Nein. Stimmt gar nicht. Vielleicht ein bisschen. Äh, wen hatte ich denn noch? Wen hatte ich denn noch? Äh. Hier, den hatte ich. So. Ja, ich meine, ich muss Ihnen zeigen, wer der wahre Schokobo, äh, retter ist. So. Gib ihm. Geben. Okay. Du spielst keine Karten. Zerstörs Gegner! Wenn ich jetzt so mache. Du bist so hässlich. So richtig hässlich. Baby, Junge! Zerstört! Der Schokobo gehört mir. Ich bin Namenspferde. Ich nenne den Luchsi. Ich speichere Kupo. Kupo! Speichern. Oh mein Geld. Mein neues Geld. Ich kann nirgendwo mit Geld umgehen. Ob Mügeleib oder so. Ein Brief von Schliesskling Kupo? Wie es nun geht, lass ihn zusammenlesen, Kupo. Von Schliessklinger Momo. Nun habe ich also so gut die den Gedanken äußern konnten. Der Preis. Als nächstes steht, Kondaya-Pater auf dem Reiseplan. Soll ja recht interessant sein dort. Übrigens, ich war eigentlich noch mal dieser Gruß, bei dem er, äh, ist mir entfallen. Schön blöd. Denn ohne die traditionelle Begrüßung lassen die einen nicht rein. Ich glaube, es war Schiers oder so ähnlich. Was redest du da? Die Begrüßung glaubt doch Schiri Kupo, Kupo. Okay, okay. Wir wissen, wo wir hin müssen. Hast du jetzt was damit nichts für mich? Äh, ja. Du hast immer noch Angst. Okay. Ist gemerkt. Du kannst ja schon an unsere Kleidung erkennen, dass wir nicht viel Sonne vertragen. Aber wenn ich so durch die grünen Glätter der schimmenden Sonnenlicht sehe, ich müsste eigentlich trainieren. Ich müsste eigentlich trainieren. Ich müsste eigentlich trainieren. Ich müsste eigentlich trainieren. Ich muss nicht trainieren. Ich trainiere. Aber, 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 und zwar, ähm, ich hatte hier 11-Rohrigen, kommt Level ab. Okay. Und was hat sie hier noch Schickes? Uriel. Auch Level ab. Aber wesentlich stärker. Nach Conte, das ist 4 noch, kommt 11-Rohrigen an. Dann hauen wir durch. Oh, bitte. Die, 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 die. Keine Panik auf den Titanic. Angriff. Es ist ja die richtige Röhre erwischen. Erlieb. Suchspiel. Easy going. Und, was konnte er jetzt? Jetzt schon. Okay. Dann kommt jetzt. Ich kann Felsen festnehmen, aber ich könnte auch Level abnehmen. Level ab und Thermometer. Thermo, Thermo. Mensch, schon, Konter, Kavalier, Wörterspeise, Fenestern, Gips. Ich füge beim Clown Schalen zu. Brauche ich nicht. Höre die Wahrscheinlichkeit von Clown. Brauche ich. Ich will Level abhaben. Ich war noch 4. Eine weibliche Charaktere und Schutz. Ich glaube gleichzeitig auch Deal. Kavalier geht weg. Nur damit ich levelen kann. Ja, kann man machen. Ich muss jetzt hier zurück zu dem Dorf. Ist da hier oben. Ja, ich muss jetzt hier oben gehen, ne? Überall. Doch da hin. Ach so weit war es ja gar nicht weg. Man muss halt nur, bis es muss lang gehen. Nein. Wolltest du mir vorspielen. Angriff. Du hast nicht mehr großartig zu lachen. Bam. Kritisch. Sehr kritisch. Ich glaube, sie durfte mal Pause machen. Ich meine, die macht 90% allerg. Die kann sie sich mal ausruhen. Und weiter geht er, Peter. Und darin soll es echt sein. Hier drin soll es echt sein. Ich dachte jetzt, dass wir eben so ein Endboss bringen. Weil das gerade komisch klang. Von der ja Pata. Angriff. Gib ihn. In Zeit für Feuer. Ich bin echt dabei. Oh Gott. Nein, nicht Himmelswind. Angriff. Ja. Da waren die Himmelswind wohl zu wenig. Level Up. Kann ich jetzt bei dir? Was war Level Up? Aber liegt ja ab. Nee, Level Up. Jun. Uriel. Ramo haben wir schon. Oh, ich luchte das schon. Ich luchte das so machen. Uriel bleibt. Sie hat einfach nichts mehr, was sie machen kann. Bestimmt das eine Ding, was ich hätte machen können, aber ich es nicht habe. Es ist bei Rettigen, was ich brauchte. Hinter diesem Tal ist also die heilige Stätte. Aber der Weg dorthin wird immer von einem Orkling versperrt. Der Weg neben dem gemischt Laden auch. Dann lasst uns erst mal dorthin gehen und schauen, was Sache ist. Was eine Ansage. Moin. Moin. Hat die eigentlich einen Waffenladen? Hat die hier einen Waffenladen? Hat die... Ich fahre noch nicht oben. immer mehr mit Oramor auf diesem Kahn der Bunde Ehe gehen. Okay, das ist klar. Da geht's runter. Da geht's hoch. Was bist du für einer? Wir würden gerne hier durch. Keine durch, eigentlich haben wir nur die Zusehen, du alte Treue, ich glaube wir haben. Was soll das für ein Ritual sein? Aber da geht ihr am besten den Hohenpriester fragen und wo kann man den finden? Der steckt hier irgendwo. Danke. Haben sie schon mal probiert das Gerät aus und wieder anzuschalten? Das war's. Der Frühlingsdauer. Frühlingsdauer. So, einmal späuchern. Wer nicht späuchern, wer kann jetzt nicht späuchern hat im Leben einfach zu viel zu suchen. So. Willkommen. Hey, Chirio, willkommen. Ich baue Barbuta. Barbuta. Wo war das? Chirio. Hab über Bergkontel gut gerüstet auf keinen Fall. Hab die Barbuta. Auch kein Barbuta. Puta, Puta. Frag den Hohenpriester. Der Karl läuft hier irgendwo rum. Danke für nichts. Sag mal, warum ist hier eigentlich kein Nebel? Nebel? Schmeckt das gut? Kommt mir bekannt vor. Hoher Priester. Hoher Priester. Im Fangster. Früher gab es auch Fremdlichen die versuchten in Richtung Westen zu gehen. Aber zu heiligen Städte dürfen nur diejenigen, die es ritualer Treue vollendet haben. Du siehst aus wie ein Priester und ein sehr hoher. Ey du! Bist du zuweil der Hohepriester? Dem ist es wohl so, mein Sohn. Ich bin der Hohepriester. Was treibt ihr denn hier? Ein Hohepriester hat so seine Sorgen? Aha. Naja, wie auch immer. Wir wollen irgendwie zur heiligen Städte. Die heiligen Schriebe sagen, dass nur die, die das rituale Treue vollendet haben, sich dem Ort nähren dürfen. Was ist denn jetzt dieses Ritual der Treue? Wenn ein Mann und eine Frau den Segen der Götter halten und in den heiligen Bund der Ehe eintreten. Achso, ja, so eine Art Hochzeit und Fütterwochen. Deine Worte befremden mich zwar, aber es wird wohl so etwas sein. Wenn wir dieses Ritual also hinter uns haben, dürfen wir zur heiligen Städte? Dadurch, hast du mitgehört? Ist verzwickter, als ich dachte. Aber wenn wir zwei heiraten, kommen wir weiter. Aber das ist wohl ein Wunschdenken. Von mir aus. Bitte was? Ihr wollt euch vermehlen lassen? Das ist eigentlich nur für uns Ohrklinge bestimmt, aber in letzter Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch bei 99. Paar sind. Wir sind das 100. Paar. Darüber haben wir ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Aber so sei es, denn ihr sollt das 100. Jubiläumspaar werden, das den Segen der Götter erhalten soll. Ich heirate Tado. Geil. Schreibe ich mir meinen Lebenslauf. Ähm, wie war das nochmal im Mittelteil? Er hat einen Schlaganfall. Erzähl mal. Oh, Götter der Berge und Bäume. Ähm, wie kam das hier alles doch gleich zustande? Oh, gütiges Licht der Sonne. Um zu dieser vermahle deiten eiligen Stellung zu kommen, müssen Sie dieses Ritual vollendet haben. Und fürs Ritual brauchst du normalen Männer dabei bleiben. Moment mal, Tadochen. Ist dir eigentlich klar, was wir hier machen? Wir heiraten. Schönen guten Morgen, aber sonst kommen wir ja nicht weiter, oder? Ja, aber ich meine, ähm, sollte man sich so etwas nicht vorher genauer, äh, es fängt an. Was hat sie denn nur vor? Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und ist dann gleich eingeschnappt. Die Hoffnung soll eure Kraft sein. Klar kommen wir dann, äh, weiter, aber um die Hörenden das Leben zu überwinden. Hat sie sich vielleicht echt in mich erknallt? Treue soll euch den Weg erschließen. Dann war es ja echt die richtige Strategie, dass ich mir nur auf der Schwarzmöder so lässig geredet habe. Der Himmel möge euch segnen. Tare ich ihm netzen? Werd nicht Mann und Frau. Und der Beulie darf immer in die Braut knühen. Das muss ja so kommen. Jetzt braucht ihr nur noch den Zwillingen neben dem Gemischwareladen einen Besuch abzustatten. Was muss man denn noch alles tun? Das gehört eben zu unseren Sitten. Na, dann wollen wir doch mal als das 100-Jährigen des Dorfes unseren Rundgang starten. Ein Ehepaar sind wir aber nur, solange wir hier im Dorf sind. Welche harte Worte. Der Nachscheinung. Sag mal Pim, was sollen wir jetzt machen? Ich kann nicht mal einen Raupi fangen. Wie schlecht bin ich bitte als Trainer? Du hast andere Talente. Alles nur nicht unsere Fehlwochen stören. Wollt ihr uns Elferschuhe glaschen? Ich werde sehen, was ich machen lässt. Lasst euch doch auch trauen. Ja, komm. Wenn ihr euch in Heiligenstädter treten würdet. Genau, das ist es doch. Derweil machen wir uns in unseren Rundgang. Ein Lebensanfang zu zweit. Gesundheit. Um die Hörenden in ihrem Leben zu überwinden. Treue soll euch den Weg erschließen. Der Himmel möge euch segnen. Die haben richtig Bock bei euch. Ich bin ja schon glücklich, Mampf. Ich auch. Ein Dieb. Wir sind das frisch verheirte Epa, Herr und Frau Tribal. Chirio, da brecht ihr also zur Heiligenstädte auf. Ja, dürfen wir jetzt passieren. Chirio, aber klar, sehr vorsichtig, du gute Reise. Dann mal los. ein Dieb. Mogu beeil dich. Da ist ein Riechensal. Kubo, steh im Leben, steh im Leben. Was ist passiert? Keine Ahnung. Los, lass mal nachschauen. Wie der entwischt. Weiter dürfen wir nicht. Wohnt dort draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die zwei kleinen Racker kommen ab und zu hierher und klauen unser Eschen. Aha. Aber das nächste Mal kriegen wir sie. Geschirrt. Lange die Kaito. Und habt ihr die Trauung hinter euch? Ja. Weißt du, in dem Dorf einfach so, wir wollen heiraten, so zwei Minuten später heiratet ihr und hier in Deutschland, da musst du erst gefühlt deine halbe Niere verkaufen, die Träne eines Einwands kriegen und Dark Souls alle drei Teile hintereinander in zwei Stunden durch spielen, ohne einmal zu sterben. Da wagt es mir niemand vor meiner Naschen zu klauen. Gut, dann können wir mehr Maria weiter. Find ich gut. Das ist nicht. Das ist doch. Lol. Wieso durften die hier lang? Und vier? Ich muss mal ganz kurz, das ist wichtig, ich muss mal Sarina fragen, wie ich sie nennen soll. Sarina oder Saroni? Was? Wie Charakter. Was? Saroni? Okay. Machen wir Saroni?